Hallo? Moinchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Phase Phasmophobia und wieder mal zu dritt mit Sadie und Paranus. Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und ein Hallo an Paduca und Paranus. Auch von meiner Seite aus, wo auch immer das sein mag. Okay, ein herzliches Willkommen, zwei, drei, vier Phasmophobia. Und herzliches Willkommen, J.D. und Paranus. Juhu, juhu. Jetzt geht's los, wir machen in die Hose, ja! Es gewittert! Was? Das stinkt dann aber! Ich, äh, ja, ich weiss, ich weiss. Ich hoffe ich auch. Miau, juhu, juhu. Au, 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 au. Also, Ziele heute lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Invents werden. Reinigen Sie den Bereich der, in der Nähe des Geistes mit Röscherstäbchen. Fotografieren Sie drängiges Wasser in einem Boschbecken. Der Geist heute heißt Jennifer Clark und reagiert nur auf Personen, die alleine sind. Oh, Namensvetter, Tante, yeah, 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 yeah. Okay. Hm. Oh mein Gütt, nee. La, 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 la. Ich bin bereit. Du bist bereit, und ich bin bereit. Yeah, auf in die Schlacht. Ja, wuhu. Ja, wuhu. Hm. Ich geh in den Keller. Ich geh in den Keller. Hm. I. Hat wer ein Fotoapparat dabei? Ja, hab ich. In der Waschküche ist ein Knöchen. Und unter 10 Grad in der Waschküche. Okay. Ja. 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 Der Buch hat sich bewegt. IMF-3. Okay. Hm. Hm. Wolltest du etwa einen Löffel klauen, Paduka? Ist doch nichts. Er tut mir sowas. Es sah aber ganz so aus. Kannst du auch sehen? Hm. Hm. Wir beobachten dich, Paranus. Hallo. Ciao. Oh, oh, der ist auf 9. Vorsicht. Okay. Hm. Hm. Nein. Wieder auf 2 Runde. Alles im grünen Bereich. Oh, Telefon. Sieh mal bitte jemand ran. Ich komme. Ich geh ran. Ich geh ran. Da ist der Box mal wieder nichts. Ich habe aber Gefrieratemgrad gehabt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und du nicht in dementsprechend. Ich mach mal noch eine Kamera in die Garage rein. Okay. Okay. Los Garagos. Ich mach mal noch eine Kamera. Ich glaub, zwei. Okay. Kannst du in der Garage Geister-Orb sehen? Nein, keine Ops. Hm. Hallo. Ich habe jetzt auch die Küche abgedeckt mit Kamera. Ich habe den Kamerabahn. Oh yeah. Hm, das ist voll doof, man sieht gar nichts. Hatten wir nochmals außer Gefühltreperaturen? Bis jetzt noch nicht. Ja, ich war gerade auf 10. Ähm. Bäm, 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 bäm. Wieder auf 10 gewesen oder immer noch. Ich war jetzt durch die gesamte Haus gelaufen im Infrarot-Taschenlamp. Keine Beweise, nichts. Das ist voll doof. Okay, die läuft hier in der Waschküche rum. Ich sehe nämlich den Lichtsensor immer an- und ausgehen. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen weiter runter. Lass mal Wasser laufen. Hm. 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 Oh. Oh. Okay. Okay. Wir sind weg. Wir sind weg. Hase. Oh Mann, Freddy ist weg. Oh no. Ja. Sieht man mich eigentlich auf der Kellertreppe? Hallo? Hallo? Ich bin im Keller. Hallo? Hallo? Ach. Geh in den Keller. Los. Geh in den Keller. Geh in den Keller. Hier. Geh in den Keller. Ja Mann. Ich sitze. Ich habe die Lächel gefunden und fotografiert. Okay, danke. Ich bin nicht tot. Ich sitze. Meine Taschenlampe. Alles. Ah. Das kriegt ihr gar nicht mit? Hallo? Hallo? Du Sau! Oh mein Gott. Nein! Nein! Gut. Du dumme Olle. Tusse. Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie hängst denn du da? Aranus. Dummer kleiner Geist. So. Du hängst oben an der Tür. Ah. Ah. Alter. Okay. Ich sehe mich nicht. Hm. Wir brauchen definitiv ein Beweisfoto. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt hängt es wirklich nur am Parroka. Lass Wasser laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Paduka. Ich möchte mit dir Ball spielen. Komm. Nein! Oh, ist das Loch. Hallo? Wo ist mein Ball? Ich will mein Ball zurück. Ich will mein Ball zurück. Du Pfund. Ach, da ist er doch. Weg. Na hol ihn. Hol ihn. Hol den doch. Mann. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Und ta la la. Tch. 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 La 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 No, 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 no... Umm, no, 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 no... ENE... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hot! Lalalalalalalalalala Hmm? Was ist das denn? Wo hatten wir überall Salz verstreut? Das ist echt Hardcore. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.